Und jetzt geht es auch gleich direkt weiter. So, guck mal, habe ich meinen Spielstand? Ja, ich habe meinen Spielstand überschrieben. Scheiße, ich habe meinen Spielstand überschrieben. Scheiße. Fuck. Wieso war aber auch der Speichstab plötzlich auf der rechten Seite? Ärgerlich. Ähm. Ich will gar nicht so sehr über Star Wars reden. Ich muss den Film immer noch gucken. Ähm, ich habe von meinem besten Freund gehört, äh, dass er den Film skeptisch aufgenommen hat. Deswegen, ich muss mich selber überzeugen. Ich muss mich da selber überzeugen über das Spiel. Ähm. Und ja. Ich muss mich da selber überzeugen. Aber Disney ist keine nette Firma. So viel ist klar. Ich habe schon häufig gehört, dass Disney nicht so der netteste Ort sein soll zum Arbeiten. Ja. Ähm. Ist nicht die netteste Firma. Ja. Das ist nicht die netteste Firma. Also. Ne? Disney ist so ein ganz eigenes Ding. Wir sind oft als Verheerer jetzt unterwegs. Also brauchen wir Verheerer-Techniken. Und ums Terrorisieren. Das nehmen wir gleich mit. Da ist Beben. Haben wir keinen Feura? Ne, wir haben keinen Feura. Scheiße. Okay. Äh. Dann werden wir wohl wieder übel den Grind machen müssen, weil ich so blöd war und auszusehen meinen Speicherstand überschrieben habe. Äh. 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 Ärgerlich. Jetzt habe ich doch halt mal voll meinen Speicherstand überschrieben. Scheiße aber auch. Äh. Scheiße. 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 Da waren zwei Stunden Grind drin. Zwei Stunden Grind. Äh. Ist das ärgerlich. Äh. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay. Äh. Doof. Okay. Scheiße. Äh. Sehr kacke. Sehr scheiße. Äh. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Oh Mann. Scheiße. Da habe ich halt mein Speicherstand überschrieben. So ein Mist aber auch. Ah. Ich denke mal wir machen bis 22 Uhr nochmal Final Fantasy. Und danach gehen wir noch ein bisschen in Warframe rein. Und entspannen nochmal ein bisschen in Warframe. Denke ich mal. Oder vielleicht machen wir auch mal Kingdom Hearts. Wer weiß. So ein bisschen ohne Aufnahme. Ein bisschen vor sich hin. Und dann mal so ein bisschen Übung kriegen. Wenn wir dann ins Spiel reinkommen. Vielleicht machen wir Kingdom Hearts. Ja. Machen wir. Machen wir noch eine halbe Stunde ungefähr. Dann haben wir nicht allzu viel Final Fantasy 13 gezockt. Aber. Ich möchte mich heute ein bisschen entspannen. Das machen wir dann ein bisschen mit Kingdom Hearts 2. Würde ich dann mal behaupten. Links. Und zack. Ja. So ein Scheiß. So ein Mist aber auch. Ich muss mal gucken. Sind diese Scheiß Paradigmen eingestellt? Nein. Also muss ich selber Paradigmen nochmal einstellen. Okay. Ja. Ja. Scheiße. Zum Spielstand überschreiben. Das tut weh. Das tut sehr weh. Ähm. Hm. Ich lass lieber von Lightning heilen. Bin ich ehrlich. Ich lass lieber von Lightning heilen. Aber zwei Heiler zu haben ist vielleicht auch nicht schlecht. Verheerer, Verheerer brauchen wir auf jeden Fall. Augmentor Brecher brauchen wir. Und wir bräuchten noch einen Heilerbrecher. Das bräuchten wir noch. Augmentor Brecher. Aha. Für den Moment ist das okay so. Ja. Scheiße. Zum Glück habe ich das Emulator Problem hier nicht mit Spielstand überschreiben. Ich kann einfach quasi von meiner Memory Card eine Kopie erstellen. Und die Memory Card einfach irgendwo abspeichern. Ja. Das geht. Also. Dass ich dann quasi eine Memory Card habe. Nur zum Beispiel nur Final Fantasy Spielstätten. Nur Kingdom Hearts Spielstätten. Das würde gehen. Ein bisschen viel Arbeit. Aber es geht. Ja. Gehen würde es. Ich glaube in dem Wald kriegen wir auch Hopes besten Boomerang. Zumindest die Grundversion davon. Nenurta heißt der, glaube ich. Ich glaube in dem Wald ist ein Schurken aus Final Fantasy Universum, der blaue Haare hat mit sechs Buchstaben und mit S anfängt. Ich glaube in dem Wald ist ein Schurken. Ich glaube in dem Wald ist ein Schurken, der mit S anfängt. Ich bin nicht ratlos. Ich bin nicht ratlos. Ich bin nicht ratlos. Wer soll das denn sein? Nein, nein. Nicht hochfahren. Gibt es denn eine Kiste? Nein, gibt es nicht. Bin ich ratlos? Bin ich ehrlich? Ich muss mal meine Uhr ausziehen. Ach, die Uhr nervt. Ich bin nicht ratlos. Ja, Seymour sagt mir was. Final Fantasy 10, glaube ich. Ich glaube das war Final Fantasy 10, müsste das gewesen sein. Ich bin nicht ratlos. 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 richtig war auch zähl ich bin ein smartwatch träger von der ersten pappel an beste investition die ich je gemacht habe beste investition die ich je gemacht habe in den letzten paar jahren wie dankbar ich dieser uhr bin ist unglaublich ich habe schon so oft nachrichten wichtige nachrichten gesehen die ich mit meinem handy sonst nicht entdeckt hätte ganz wichtige termine habe ich schon auf meiner uhr gesehen dass ich die ich sonst verpasst hätte beste investition aber so eine pappel geilste investition die ich je gemacht habe bereue nicht einen tag wo ich mir diese uhr gekauft habe bereue nicht einen einzigen tag wo ich mir diese pappel gekauft habe super geile smartwatch eine der ersten richtigen smartwatches wo man so richtig smartwatch nennen kann eine der ersten und wunderschönes produkt wunderschönes produkt kann ich jedem empfehlen so ein pebble ist eine wirklich geile uhr und wenn man glück hat kriegt man so eine original pebble mittlerweile in einem angebot für 50 euro zu schlagen richtig geiles teil hebt lang hebt mir als medium benutzer zehn tage die uhr und ist ziemlich customisable die uhr ist mega leicht ja die wirkt wirklich so gut wie gar nichts und alles in allem ein wunderschönes produkt hat mir schon sehr sehr viele sachen ermöglicht und sehr sehr viele komfortable funktionen liefert wo ich wirklich wirklich gut finde keine schleichwerdung absolut nicht wenn ich von dem produkt überzeugt bin dann gebe ich darüber ein ein testurteil ab mein testurteil ist diese uhr ist geil ja hat nichts mit schleichwerbung zu tun das ist einfach nur eine beurteilung eines produktes schleichwerbung wäre wenn ich von pebble bezahlt werden würde was ich leider nicht werde aber schön wäre ja das produkt ist absoluter hammer absolut hammer hat vielen vielen smartwatches immer noch die nase vorne insbesondere der apple watch die apple watch ist so ein unnötiges produkt und diese wiederum ist ein super super sinniges produkt weil sie auch auf beide 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 systeme funktioniert sowohl ios als auch android funktioniert diese uhr kostet nur ein fraktionsteil des preises und kann 90 prozent der funktionen der apple watch trotzdem original pebble die og pebble wunderschönes produkt wenn man sie mal für 50 euro sieht sollte man zuschlagen ist ein absolut geiles teil absolut nichts mit schleichwerken zu tun ist einfach ein eine aussage von einem produkt das mich von anfang bis ende überzeugt hat hat mich wirklich überzeugt dieses produkt ich habe die pebble jetzt zwei jahre ungefähr ich weiß gar nicht mehr weil ich mir sie gekauft habe kann ich mal ganz kurz nachgucken guck mal ganz kurz nach wann ich mir die pebble gekauft habe ich müsste da doch noch bestimmt ein eine e mail haben von dem am am 13 9 2014 habe ich sie mir gekauft am 13 9 ist schon jetzt hat also anderthalb jahre alt diese uhr genau so ungefähr anderthalb jahre alt ist die uhr und das ist ein absolut klasse 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 produkt kann ich jeden empfehlen die og pebble ein wunderschönes teil ja es hat kein touchscreen ja es hat kein farbdisplay aber scheiß drauf ja ich bin knöpfe besser bei der uhr für knöpfe viel besser weil somit kann ich nur blind bedienen ohne darauf hin zu gucken und dieses monochrom display hebt verdammte zehn tage er diese dieses teil hebt zehn tage eine smartwatch die zehn tage eben zeigt mir mal eine andere smartwatch die das macht und jetzt läuft spiel mit 60 frames ja jetzt wieder mit 30 ok ja zeigt mir mal eine andere smartwatch die das hinkriegt und ich kann meine anrufe sehen meine e mails meine kalendereinträge und meine kurznachrichten von whatsapp und sms was will ich mehr was will ich mehr und ja dementsprechend gutes produkt und ich bin kaputt beim der getaun bin ganz schön kaputt heiheihei bei gegen hüfte Und laufen wir mal weiter. Hier müsste jetzt gleich eine Szene kommen normalerweise. Ich kaufe mir nächsten Monat neue Kopfhörer für mein Handy. Und da werden wir ein Auspacking machen. Ja, das ist so meine Hommage an Unboxing. Wir werden ein Auspacking machen und dann nur so nach zwei Wochen werde ich mal ein Review machen von den neuen Kopfhörern. Mal gucken, wie die sind. Ich habe von vielen, vielen Videos gesehen, dass die richtig gut sein sollen und einen absoluten Bang for the Buck sein sollen. Und bin mal gespannt, weil ich hasse In-Ears. Ich hasse In-Ears auf die Pest. Und dementsprechend brauche ich richtige Kopfhörer. Und ich werde mir nächsten Monat richtige Kopfhörer bestellen. Sobald meine Kohle da ist, meine Asche, werde ich mir neue Kopfhörer bestellen. Und dann machen wir mal ein Auspacking und nach zwei Wochen werde ich mal darüber ein Testurteil abgeben. Wenn das Ganze auf YouTube mal landet, aber du kannst ja auch mal deine Meinung dazu abgeben, haben keine In-Ears oder Kopfhörer. Was ist besser? Bist du mehr der Kopfhörer-Fan oder mehr der In-Ear-Fan? Ich persönlich hasse In-Ears. Geht doch ein Kopfhörer. Ein Behe-Mod. Dann machen wir einen Behe-Mod mal tot. Bäm, Ohrfeige. Leitling geht halt voll ab hier mit ihren vier ATBs, die sie hat durch Odin. Puh. Ob, geh down, auf. Und da geht er down. Eigentlich nie Kopfhörer, okay. Dann bist du der Boxen, Mensch, quasi. ich bin halt der absolute kopfhörer mensch lieb kopfhörer kopfhörer haben für mich die beste sound reproduktion die die kassen töne und so weiter und so fort ich bin halt der kopfhörer mensch in ihr tun mir halt nur weh und deswegen hole ich mir kopfhörer und zwar nicht irgendwelche kopfhörer sondern blau blau zahlen kopfhörer mal gucken wie diese blau zahlen kopfhörer sind wie gesagt die kommentare auf amazon sowie die ganzen video reviews wo ich da geguckt habe gescheinend richtig gut zu sein und das preisziel ist 55 euro für 55 euro sollen die richtig richtig gut sein bin ich mal gespannt wir machen dann auspacken und dann mal fest ja gut bestia es war ich persönlich muss sagen ich bin es war eigentlich richtig weil mit es war hat angefangen soweit ich weiß und bestia war glaube ich nur der ausdruck in final fantasy 10 glaube ich ich glaube nur final fantasy 10 hat bestia benutzt so da haben wir den besten glaube ich von hope ich glaube falken auge oder in die nur da ich glaube falken auge ist das beste ding von hope das ist glaube ich dieses pinke ich glaube dieses teil des pink wenn es das pink ist ist es glaube ich das richtige das ist glaube ich hauptsbeste waffe weil er hat nahezu keine stärke und hauptsächlich magie ja das ist glaube ich das richtige teil für hoop hat sie aber den ersten rund umschlag voll versäbelt hat sie aber noch darum man könnte viel lustiger die den unterschied zwischen pudding und muss nehmen oder schleims ja es gibt schleim es gibt pudding und es gibt muss diese drei teile gibt es im universum sie heißen pudding oder schleim oder muss das ist auch eine sehr sehr lustige analogie von vatersee sagt auch feige und da ist er bauern so jetzt haben wir den auf dem sack wahrscheinlich erst in klein und wir kriegen hier fette ohrfeige reingedrückt wenn wir jetzt natürlich steuerung über lightning hätten dann könnten wir also richtig schön mit odin hier kämpfen aber nein das spiel sagt ja benutze haupt und nicht lightning dementsprechend müssen wir das halt so machen so nicht heilen gerne manuell deswegen lasse ich das jetzt von über lightning machen manuell heilen macht irgendwie super wenig sinn und die combo ist geblieben wie lustig ja sehr gut auch wegen dem scheiß soundtrack im hintergrund wird dieses video wahrscheinlich geklappt werden auf youtube ich lade es halt einfach hoch dann gehört halt meine videoreihe von final fantasy 13 square ja kann ich halt machen was ich möchte aber was soll's ich gebe auf was das betrifft echt ist one hit nee was ist zensiert hast du das zensiert oder hat das jetzt mein child addons sensiert dikann kakkel kümel 3 ich denke dann hat es zu werden sind sehr lustig beziehungsweise das war wahrscheinlich die zensur von zwitsch selber weil ich eine liste eingetragen habe die gewisse wörter nicht erlaubt ich würde behaupten wir speichern hier ab und machen mit final fantasy 13 folgen schluss möchte ein bisschen mal king im harz reingucken aber auch mal ein abspann für fall für sich 13 ich bin christopher ecker und sagen vielen dank fürs reinschalten dort unten findet ihr alle links wenn ihr mal folgen wollen wenn ihr live dabei sein wollt kommt rüber auf twitch wenn ihr das ganze auf wird angeguckt hat dann kommt doch mal auf youtube habe da viele viele andere videos hier auf meinem kanal schauen können das allerwichtigste wenn ihr was über mich wissen wollt kommt zu twitter twitter könnt ihr mir alle fragen stellen seht alle veränderungen zu meinem stream und so welchen ideen auch immer ich habe oder wenn ich mich einfach mal beschwere und rage am meisten über fuck konami und fuck square wir sehen uns beim nächsten video von von fantasy 13 oder was auch immer ihr danach schauen werde ich begrüßt für ecker und sage ich schau tut nichts was ich nicht auch tun würde